mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. Die heutige Episode dreht sich um ein Golf-Turnier, was letztes Jahr sein Debüt gefeiert hat und dieses Jahr zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Es geht um das zweite Golf-Meets-Instagram-Turnier beim Golf-Club bzw. beim Hofgutscheibenhard, einen Golfplatz in der Nähe von Karlsruhe und das hat am jetzigen Wochenende stattgefunden und da dachte ich mir, rede ich einfach mal ein bisschen mehr darüber, was das Turnier ausmacht, was es genau überhaupt ist und was die Besonderheiten eben eines Golf-Meets-Instagram-Turnier überhaupt sind, warum auch du einfach auch dabei sein solltest und genau dieses Turnier einfach dick und fett in deinem Turnierkalender in jedem Jahr einfach dick und fett rot markieren solltest, um selbst teilnehmen zu können. Also, was ist das Golf-Meets-Instagolf-Turnier? Vom Prinzip ist es recht einfach erklärt. Es ist ein reguläres Golf-Turnier, was im Stableford-Format ausgetragen wird und ja, einfach die Golf-Instagrammer in Deutschland ein bisschen vereinen soll und einfach die Golf-Blogger allgemein so ein bisschen in ein Turnier binden möchte und Karlsruhe ist da für den süddeutschen Raum einfach auch, ja, einfach wunderbar erreichbar, ist eben auch ein hervorragender Platz, der Hofgutscheiben hat und somit wurde in 2019 das erste Mal und jetzt in 2020 zum zweiten Mal das Golf-Meets-Instagram-Turnier ausgetragen. Letztes Jahr war es wettertechnisch ein bisschen besser als dieses Jahr. Dieses Jahr waren die Golfgötter ein wenig auf der schottischen Urlaubsseite, nennen wir es jetzt einfach mal. Wir hatten leider Nieselregen, wir hatten Temperaturen, von denen wir eine Woche vorher nicht mal gewagt haben zu träumen, denn wir hatten einen kleinen Temperatursturz und wir hatten sogar einen Teilnehmer, der aus der Nähe von Stuttgart angereist kam und er meinte, dort wo er herkommt, wäre er bei ungefähr viereinhalb Grad morgens losgefahren und gespielt haben wir dann bei Nieselregen und zwischen 8 und 10 Grad. Und logischerweise, wenn man eine Woche vorher noch knappe 25 bis 30 Grad hatte, je nach Region in Deutschland, ist es schon ein krasser Temperatursturz, wenn man das so ein bisschen bedenkt. Aber am Wetter können wir nichts ändern, nur an der Kleidung. Daher waren wir alle dick eingepackt, hatten auf jeden Fall alle Regen, Klamotten an oder auch Winterkleidung einfach mit an Bord und schon ging es auf die Runde. Und das Schöne beim Golf Meets Instagram Turnier ist, auch wenn es vorgabewirksam ist, auch wenn es ein schönes Stable Ford Format ist, es ist immer noch einfach ein Spaßturnier. Also meiner Meinung nach ist es ein Spaßturnier, denn es macht einfach verdammt viel Spaß, in den Flights mit den Leuten einfach nur zu blödeln, einfach nur Trash Talk zu machen. Und ich hatte das Glück, mit dem Michael gemeinsam wieder zu spielen, wie letztes Jahr auch. Und ja, man muss wirklich sagen, man stachelt sich eben an, man labert tatsächlich die ganze Runde über einfach nur Trash Talk. Und das ist im Endeffekt das, was es auch ein bisschen für mich ausmacht. Natürlich haben wir alle Fotos gemacht, natürlich haben wir alle das ganze Thema auch ein bisschen publik gemacht, einfach nur einfach in die Welt hinausgetragen, über Instagram, über Facebook und über die Berichterstattung, die einfach noch ein bisschen da stattfinden wird. Und es ist einfach eine Sache, die unglaublich viel Spaß macht. Und ja, nachdem man dann die Runde einfach absolviert hatte, ging es eben dann nochmal ein bisschen an die kleine Feierei. Natürlich immer in Zeiten von Corona mit Abstandshaltungen, mit ein bisschen bedacht, wie überhaupt was stattfindet. Deswegen hat es auch Outdoor stattgefunden und nicht Indoor, wie es womöglich vielleicht im Vorfeld auch geplant war bei dem Wetter. Aber dass man da einfach ein bisschen eben auf die Hygieneregeln achten konnte. Und was das Besondere eben da ausmacht bei dem Golf Meets Instagram Turnier ist eben auch, dass es eben nicht nur ein reines Golf Turnier ist, danach eine kleine Veranstaltung, wenn überhaupt in Corona-Zeiten und dann Adios. Nein, es gab direkt nach dem Turnier wirklich ein Programm. Man hatte eine Putting Challenge, die von RST One Putt gesponsert wurde. Man hatte eine Long Drive Challenge, die quasi auf einer Leinwand ausgetragen wurde. Wir hatten einen Long Drive Champion da, Martin Borgmeier. Und wir hatten da einfach jemanden, der sich eben sehr gut auskennt mit der Thematik Long Driving, hat uns Einblicke gegeben und haben eben dann einen Long Drive Contest mit einem Trackman ausgeführt und konnten da eben auch zeigen, wie weit wir schlagen können oder wie weit wir eben nicht kommen. Und das sind eben so Challenges, die einfach noch so nebenher stattfinden. Es ist keine typische Long Drive wie auf dem Platz, wie man es kennt. Auch keine Near-to-the-Pin-Veranstaltung oder irgendwas. Es ist alles ein bisschen anders. Es ist ein bisschen, ich sage mal, moderner, ein bisschen vielleicht auch technischer für manche. Und das ist eben das, was es auch ausmacht, weil man einfach noch neue Dinge sieht, weil man neue Produkte kennenlernt, weil es so eine Mischung aus Golf Turnier und Messe eben auch ein bisschen ist. Und das Tolle daran ist, dass einfach die komplette deutsche Szene sich dort versammelt. Alle, die anreisen wollen, anreisen können und eben Lust auf das Turnier haben, können dort auch immer jederzeit mitmachen. Und da nochmal ein großes Lob an die Organisatoren, dass einfach das alles wieder auch bei dem Wetter wunderbar geklappt hat. Es wurde dann einfach noch bei dem Wetter gesagt, okay, wir verzichten auf manche der Kaltgetränke. Es wurde nochmal losgerannt, es wurde Glühwein besorgt. Auf der Runde wurden wir dann noch mit Glühwein versorgt. Das war einfach da noch ein bisschen uns aufwärmen können und das ganze Thema einfach so ein bisschen, ja, der Kälte entgegenwirken können. Und was man wirklich dazu sagen muss, wie eben schon erwähnt, da so ein bisschen auch so ein Hauch von Messecharakter zeigt, lernt man eben auch Dinge kennen, die man so nicht kennenlernt. Dazu zählt unter anderem der Goswo, der Rotatix, die HMC-Sticks, die Overspeed-Sticks von Daniel Lauer, den ich auch schon zweimal im Interview hatte, aber auch genauso die Putting-Tools von RST One Putt, dass man einfach da nochmal Dinge kennenlernt, die auch wirklich hilfreich sind. Die Golfbekleidungsfirma Golfmarie, die jetzt auch nicht jedem was sagen würde, waren genauso da. Und das ist eben das Schöne daran, dass dort eine Bühne geboten wird, auch für Produktersteller und für Selbstständige, die eben nicht unbedingt überall auf der Welt bekannt sind. Natürlich könnte man sagen, man lädt sich eine der großen Marken ein, die würden mit Sicherheit auch kommen. Aber das Schöne ist, man schaut eben, was gibt es in der Region, was gibt es in der Szene an Marken, die eben wiederum auch, ja, eben auch für Furore sorgen, die eben auch, ja, den man eine Plattform natürlich auch geben möchte, um hier wiederum zu zeigen, was es noch alles gibt auf dieser Welt an Tools, an Produkten und an Marken. Und da ist eben das Schöne daran, dass, ja, die komplette Instagram-Gemeinde da auch sich versammeln kann, dass man sich auch mal persönlich kennenlernt. Denn das ist das, wenn du in den sozialen Medien selbst aktiv bist, und das bist du wahrscheinlich, wenn du auch diesen Podcast hörst, dann wirst du es kennen. Du hast sehr viele Leute abonniert, viele Leute haben auch dich abonniert, aber tatsächlich sehen tut man sich selten im echten Leben. Und da ist wieder das Schöne, dass man eben bei so einem Golfturnier einfach die Leute, die man vielleicht nur von den sozialen Medien irgendwie kennt oder aus diesem Podcast auch nur kennt, einfach auch persönlich kennenlernen kann. Man sieht, wie ist derjenige denn im echten Leben drauf, nicht nur bei Bildern, bei Videos oder bei Audioformaten. Und das ist eben genau der Punkt, den man da angehen möchte, dass man die Leute, die man sonst eben nur über den Weg kennt, auch mal live trifft. Und da ist es Schöne, dass es eben nicht nur, also die meisten, die Zielgruppe ist ganz klar die Golfblogger, sagen wir es mal so, aber es ist eben auch die Mischung, die es ausmacht. Denn wir haben immer wieder genug Leute dabei, die das erste Mal überhaupt bei so einem Turnier mitspielen, die das erste Mal mit der Thematik Golfbloggen, Instagram oder Social Media Golf in Berührung kommen. Und dass diese Symbiose einfach entsteht, hey, was hat das eigentlich damit zu tun? Warum macht man so ein Golf-Meets-Instagram-Turnier? Was bringt das alles? Und dass man den Leuten eben zeigt, was man als Golfblogger machen kann, dass man eben auch selbst neuen Input bekommt von den Leuten. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass man auch mal neue Aspekte kennenlernt von jemandem, der mit der Materie gar keine Erfahrung auch hat. Und da ist wirklich das Schöne dran, dass eben hier definitiv diese Mischung auch funktioniert. Und wie gesagt, dieser Charakter, dass man eben so diese Mischung aus Leuten, die sich von Bildern her kennen, dass man die endlich mal physisch trifft, Leute, die vielleicht das erste Mal bei so einer Veranstaltung mit den Leuten, die man nur aus dem Internet kennt, in Kontakt treten. Und eben dieser kleine Mini-Messe-Charakter, das ist eben das, was meiner Meinung nach das ganze Thema Golf-Meets-Instagram ausmacht. Und dass man eben auch wieder Leute sieht, die man vielleicht auch nur bei diesem Turnier sieht, wenn der Anfahrtsweg innerhalb von Deutschland einfach zu groß ist, dann ist es eben wunderbare Möglichkeit, die Leute einfach mal zu sehen, die man sonst, wie gesagt, nur über die sozialen Medien kennt. Und das ist eben das, was es für mich ausmacht. Und ich war auch wirklich sehr begeistert, dass es ein bisschen anderes Format war wie in letztem Jahr. Denn man hat eben auch Zelte gehabt, wo eben speziell Produkte vorgestellt wurden. Es gab auch wieder Startergeschenke, es gab Sonderpreise, es gab von den Sponsoren einfach Produkte, die zur Verfügung gestellt wurden, das eben in der Tombola nochmal gezogen werden konnte. Und das ist eben das Schöne daran, dass es dort wirklich sehr, sehr, sehr sozial auch zugeht. Man sich sehr gut auch austauschen kann, man die Leute wieder trifft. Und das ist das, was es für mich ausmacht. Es ist wie so ein kleines, oder ich denke, dass es auch so sich dahin entwickelt, wie so ein kleines Familientreffen nenne ich es jetzt einfach mal. Irgendwie kennt man sich, irgendwie hat man sich schon mal gesehen. Und aus diesem Grund ist es für mich definitiv ein Turnier, was ich versuche, jedes Jahr zu spielen. Bei den beiden Malen, wo es bisher stattgefunden hat, war ich dabei. Im nächsten Jahr hoffe ich, dass es genauso sein wird. Und ja, deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, gehe auf die Webseite vom Hofgut Scheibenhardt und schaue einfach mal, wenn der Turnierkalender rauskommt für die folgenden Jahre, wann wird das Turnier stattfinden. Setz dir einen Marker oder ruft dort an oder wie auch immer fragt, wie du dich anmelden kannst. Das Spiel auf jeden Fall mit. Es macht immer unglaublich viel Spaß, die Leute kennenzulernen und auch wiederzusehen, die man sonst nur über andere Wege kennt. Und daher schau gerne mal vorbei. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Hofgut Scheibenhardt, den Golfplatz, genauso wie noch die ganzen Sponsoren, die mir jetzt alle gar nicht mehr so einfallen, werde ich auch noch verlinken. Und ich hoffe einfach, dass ich dich im nächsten Jahr beim Hofgut Scheibenhardt, beim dritten Golfmeets Instagram Golf Turnier persönlich kennenlernen kann. Lass mir auch gerne eine Nachricht da. Schreib mir, was du von so einem Format hältst. Es würde mich wirklich interessieren, was du zu so einem ganzen Thema Golfblogging auch sagst. Und das man sich mal persönlich kennenlernen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf das dritte Golfmeets Instagram Turnier und wünsche dir jetzt noch viel Spaß am Ende der Saison. Und ja, bis zur nächsten Folge. Hau rein und ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.